Wo sind wir denn nun? Keine Ahnung. Tja, und kommen wir zum zweiten Teil des letzten Parts. Tja, wieso habe ich denn gerade beim Zündensequenz die Aufnahme gestoppt? Das liegt zum einen daran, weil das ist der erste von zwei Levels. Das ist der letzte, das, wo jetzt kommt, ist also das Finale. Also, tja, und deswegen habe ich die Aufnahme vorhin gestoppt und deswegen ist das der zweite Teil. Also, das ist der letzte Part gewesen, aber das ist Teil zwei vom letzten Part. Also, deswegen ist das nun der zweite Teil, weil ich... Alter, sind die Roboter. Zu wenig Ringe. Endlich, endlich muss ich weitermachen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich werde zu Ende führen, was ich vor Jahren begonnen habe. Ich habe jetzt jeden Ring mit, jeden Ring mit dem, wo ich bekomme, weil, tja, jetzt kommt eine Highspeed-Passage mit dem guten Sonic und, tja, und ich sehe jetzt... Dann, bringen wir es zu Ende. Vorsicht, Laser! Mein ich glaube. Es geht rund. Aufgepasst! Wow. Genau! Drück auf den Schalter. Schau mal, ich habe eine Straße gemacht. Ziemlich coole Technologie. Haha! Wow. So sieht Tempo aus. Oh, Ring. Man kann nie genug Ringe haben. Zum Rennen geboren. Ha, ha! Checkpoint! Hey, jetzt sind diese Roboter da oben. Beeilen wir uns. Diese Roboter schalten irgendwas aus. Ich würde sagen, das ist jetzt der... ...wieder ein weiterer Teil. Also, tja, deswegen... Ich glaube, wir machen mehr... Ich mache so fünf Teile, weil, tja... Weil, wenn wir bei einem Checkpoint sind, dann wird die Aufnahme beenden und dann, tja, werde ich dann so... Das war, damit wir dann mehr Zeit abfüllen. Also, tja, wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Bis zum nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. mit